Doch lassen Sie uns zunächst gemeinsam noch einmal Offenbarung 14 und dort Vers 9 und 10 lesen, die dritte Engelsbotschaft. Es heißt hier, Und ein anderer dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen oder annimmt an seine Stirn oder an seine Hand. So wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt, hier ist das Aussagen der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Und wir haben in zurückliegenden Vorträgen gesehen, dass diese Botschaft nur verstanden werden kann im Verständnis und auf der Grundlage des ewigen Evangeliums, so wie es in der ersten Engelsbotschaft sich dargestellt hat. Dieses ewige Evangelium, das als Fundament die Lehre vom himmlischen Heiligtum hat. Der Gedanke, dass Gott den Menschen nur durch den einzigen denkbaren Weg, durch Jesus Christus, der sowohl Gott als auch Mensch als auch Mittler ist, und damit alle drei Ebenen abdeckt, dass nur durch dieses Heiligtum, nur durch Jesus Christus, der Mensch mit Gott versöhnt werden kann. Wir haben weiterhin gesehen, dass dieses große Opfer, was Jesus nur einmal für uns gegeben hat, uns dazu befähigt, Gottes Gebote tatsächlich auch zu halten. Wir haben später dann festgestellt, dass das deswegen notwendig ist, weil die Gebote Gottes der eigentliche Fokus im großen Kampf im Himmel und auf der Erde sind. Wir konnten sehen, dass Jesus bald wiederkommt und dass es deswegen notwendig ist, sich in seinem Charakter darauf vorzubereiten. Und dass bei seiner Wiederkunft jeder genau das bekommen wird, wofür er sich entschieden hat und dass das vorher im fährsten Urteil, im himmlischen Gericht entschieden wird. Wir konnten sehen, dass unsere Erlösung gipfelt in dem Bedürfnis Gottes, uns Ruhe, Segen und Heiligung zu schenken. Und dass als Ausdruck dieser Evangeliumsverkündigung, dieser Neuschöpfung unseres Herzens, er den Sabbat geschaffen hat. Als Erinnerung an die damalige Schöpfung und als Erinnerung an die Neuschöpfung. Aber wir haben auch gesehen, dass dieses ewige Evangelium bekämpft wird. Und die Bibel spricht hier vom geistlichen Babylon. Dass bereit ist, klare Wahrheit durch Irrtum zu ersetzen und andere Menschen dahingehend zu verführen. Und dass es deswegen notwendig ist, die wichtigste Entscheidung unseres Lebens zu fällen. Ob wir Menschen vertrauen oder Gott vertrauen. Ob wir unser eigenes Ich zum Maßstab unserer Entscheidung machen. Oder ob wir gemäß der Gesinnung Christi in Liebe das Gesetz erfüllen möchten und uns demütigen. Dieser größte Konflikt, der jemals ausgetragen worden ist, ist auch ganz praktisch in der Geschichte offenbar geworden. Und wir haben darüber gesprochen, wie selbst in der Christenheit sich babylonisches Gedankengut so weit geformt hat, dass das ewige Evangelium fast vollständig vom Erdboden verschwunden worden ist und es wieder erneuert werden muss. Und das letzte Mal endeten wir damit, dass wir festgestellt haben, dass es nicht nur in der Christenheit, sondern sogar unter dem Teil der Christenheit, der sich explizit auf die Bibel beruft und einzens gegen falsche Lehren protestiert hat. Und die Bibel davon berichtet, in Offenbarung 13, dass genau von dieser Gruppe, von diesen Kirchen, Gesetze erlassen werden und Gesetze gefördert werden, die dann vom Staat erlassen werden, die dazu führen werden, dass Menschen gezwungen sind, sich zu entscheiden, ob sie den Sabbat, den biblischen Ruhetag, den Samstag oder den Sonntag heiligen und ihn zum Anbetungstag wählen. Und dass an dieser entscheidenden Frage sich entscheiden wird, wem unsere Treue gebührt und auf welcher Grundlage wir unseren Glauben gebaut haben. Wir haben gerade gelesen, dass diejenigen, die dieses Tier aus Offenbarung 13 und sein Bild, das zweite Tier, und dieses Mahlzeichen annehmen, wie es hier heißt, trinken werden vom Wein des Grimmes Gottes und jetzt auf dieses Wort kommt es an, der unvermischt im Zorn, im Kelch seines Zornes bereitet ist. Die Bibel beschreibt auch sehr genau, was damit gemeint ist. Wir sind nicht im Unklaren gelassen. Offenbarung 15 und 3 Vers 1 zeigt folgendes. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar. Und was wir jetzt studieren, das ist keine Drohbotschaft, keine schlimme Botschaft. Die Bibel sagt, dieses Zeichen ist groß und wunderbar. Und das gehört genauso zum ewigen Evangelium. Sieben Engel, die sieben Plagen hatten, die letzten. Denn in ihnen wurde der Grimm Gottes vollendet. Das heißt, nicht nur das Evangelium muss vollendet werden, sondern auch die Gerechtigkeit Gottes, die den Sünder bestraft, wird vollendet. Am Ende dieser Zeit. Wann das genau sein wird, wissen wir nicht. Wir können aufgrund der politischen Ereignisse ahnen, dass es nicht mehr lange sein wird. Und beim letzten Mal habe ich eine Zahl von 1, 2, 3 Jahren gesagt, die natürlich rein hypothetisch ist, aber die durchaus realistisch ist. Und wenn es noch ein paar Jahre mehr sind, endet es nichts daran, dass diese Aussage, dass der Grimm Gottes, die Gerechtigkeit Gottes, sich vollendet, uns zeigen soll und zeigen muss, dass wir eine allerletzte Entscheidung zu treffen haben. Dem allerletzten Ruf Folge leisten müssen. Was sind eigentlich Plagen? Als das Volk Israel von Gott befreit wurde aus Ägypten, aus der Sklaverei und aus der Knechtschaft, da befreite Gott sie nicht einfach nur, indem er sagte, kommt heraus. In 2. Mose 6 und dort ab Vers 6 lesen wir Folgendes. Darum sage zu den Söhnen Israel, ich bin der Herr, ich werde euch herausführen unter den Lastarbeiten der Ägypter hinweg, euch aus ihrer Mitte, aus ihrer Arbeit erretten und euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Und diese großen Gerichte sind die sprichwörtlichen 10 Plagen geworden, die die Ägypter heimgesucht haben. Das heißt, 10 Plagen werden als Gericht beschrieben und dieses Gericht findet statt, nicht einfach nur, um die Ägypter zu bestrafen, die sich aktiv dem Willen Gottes widersetzt haben, so wie Pharao dann gesagt hat in 2. Mose 5, Vers 2, Wer ist der Herr, das sich auf seine Stimme hören sollte, Israel ziehen zu lassen? Übrigens die gleiche Frage, die auch Nebukadnezar in Deine 3 gestellt hat. Wer ist der Gott, der aus meiner Hand erretten kann? Dieser aktive Widerstand wird durch Gerichte beantwortet. Aber in zweiter und in wichtigster Linie sind die Plagen eigentlich dazu da, das Volk Gottes zu erretten. Sie sind ein Teil der Erlösung. Warum? Weil das Volk Gottes sich in tiefster Bedrängnis befindet. Wir hatten schon das letzte Mal gesehen, dass die Forderung, einen falschen Ruhetag durch Gesetz zu erzwingen, nicht einfach nur bei einer Forderung bleiben wird, sondern, um es noch einmal zu wiederholen, Offenbarung 13, Vers 15 sagt explizit, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Hier ist von einem Todesbefehl die Rede. Hier ist davon die Rede, dass so ungeheuer Druck ausgeübt wird, dass das Volk Gottes, diejenigen, die zu den Heiligen gehören möchten, die die Gebote Gottes halten wollen, die die Gesinnung Jesu in ihrem Herzen haben möchten, die mit Christus zusammen ein neues Leben beginnen wollen und das Alte hinter sich lassen, dass dieses Volk Gottes sich in tiefer Bedrängnis befindet. Der Prophet Daniel spricht in seinem zwölften Kapitel über diesen Zustand und er sagt Folgendes in Daniel 12 und dort Vers 1. Und in jener Zeit wird Michael auftreten, der große Fürst. Wer war Michael noch einmal? Michael, der Erzengel, ein Symbol auf den, den wir heute Jesus Christus nennen. Der große Fürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt, der als hoher Priester im himmlischen Heiligtum für uns Fürsprecher ist, zu dem wir uns immer wenden können, so wie wir uns das im ersten Vortrag angeschaut haben. Und es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie noch nie gewesen ist, seitdem irgendeine Nation entstand, bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, jeder, den man im Buch aufgeschrieben findet. Welches Buch? Lennen Sie sich noch an das Buch des Lebens, in dem die Namen verzeichnet sind von denjenigen, die Gottes Opfer, Jesu Blut, angenommen haben? In jener Zeit werden sie errettet werden. Doch in jener Zeit wird vorher eine Bedrängnis sein, wie sie noch nie gewesen ist. Wir haben kein Beispiel in der Bibel und kein Beispiel in der Geschichte, das uns in vollkommener Form zeigen könnte, wie diese Bedrängnis aussehen wird. Ja, wir haben annähernde Beispiele. Die Gefangenschaft des Volkes Israel in Ägypten zum Beispiel. Und auch das Mittelalter wird in Matthäus 24 als Bedrängnis, als schlimme Bedrängnis bezeichnet. Und wenn das Mittelalter, das finstere Mittelalter, eine Form der Bedrängnis ist, dann können wir nur ahnen, was auf uns zukommt. Doch was ist jene Zeit, von der hier der Prophet Daniel spricht? Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Zwei Verse vorher wird beschrieben, worin jene Zeit besteht. Daniel 11 überhaupt ist ein Kapitel, das noch einmal, wie schon Daniel 2, Daniel 7 und Daniel 8, den großen Ablauf der Weltgeschichte, nur diesmal mit noch mehr Details beschreibt. Unter dem Bild von Nordkönig und Südkönig werden die verschiedenen Weltreiche in ihrem Kampf gegeneinander und vor allem gegen Gott beschrieben. Und ab einem gewissen Zeitpunkt steht der Nordkönig für den Antichristen aus Offenbarung 13, was durch folgende Verse sehr deutlich wird. Daniel 11, Vers 31, Und Streitkräfte von ihm werden dastehen und sie werden das Heiligtum die Bergfeste entweihen und werden es regelmäßig abschaffen und den verwüstenden Gräuel aufstellen. Dieser verwüstende Gräuel ist der gleiche verwüstende Gräuel, den schon Daniel 8 beschreibt für das kleine Horn. Vers 32, Und diejenigen, die sich am Bund schuldig machen, wird er durch glatte Worte zum Abfall verleiten. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Hier wird davon gesprochen, dass dieses kleine Horn, dieser König des Nordens, dieser Antichrist, dieses Tier aus dem Meer, das wir ausführlich besprochen und identifiziert haben, durch glatte Worte viele zum Abfall bringen wird. So wie Satan im Himmel durch Klatsch und Tratsch, wie Hesekiel 28 im Urtext sagt, Engel verführt hat, um sie auf seine Seite zu ziehen. Und nun heißt es von diesem König des Nordens in Vers 44, Aber Gerüchte von Osten und von Norden her werden ihn erschrecken. Nun, das Erschrecken eines babylonischen Königs ist uns schon bekannt aus den Daniel-Kapiteln 1 bis 4. Der König Nebukadnezar erschrak immer dann, wenn Gott sich ihm offenbarte. Also, ist diese Botschaft von der hier erschrickt mit Sicherheit eine göttliche Botschaft. Doch was enthält sie? Was sind die Gerüchte von Osten und Norden? Die King James Version sagt hier Tidings, Botschaften. Es ist eine Botschaft, die verkündigt wird, die Babylon und das den König des Nordens, das kleine Horn, den Antichristen, den Mann der Gesetzlosigkeit, alles Synonyme für ein und dieselbe Macht, erschrecken wird. Was ist der Osten? Die Bibel sagt uns in Matthäus 24, dass Osten die Himmelsrichtung sein wird, von der Jesus wiederkommen wird. Matthäus 24 und dort Vers 27, denn wie der Blitz ausfährt von Osten und bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Das gleiche wird bestätigt durch Jesaja und dort 41. Jesaja 41 und dort Vers 2. Wer hat vom Sonnenaufgang her den erweckt, dessen Fuß Gerechtigkeit begegnet? Wer gibt Nationen vor ihm dahin und stürzt Könige hinab? Sein Schwert macht sie wie Staub, sein Bogen wie verwehte Strohstoppeln. Der siegreiche Messias, der hier angekündigt wird, kommt von Sonnenaufgang. Weiter heißt es in Vers 25. Ich habe ihn von Norden her erweckt und er kam herbei, von Sonnenaufgang her, den der den meinen Namen anruft und er zertritt Befehlshaber wie Lehm und wie ein Töpfer der Ton stampft. Es scheint zunächst ein Widerspruch hier zu bestehen. Er sagt, er kommt von Norden und von Sonnenaufgang aber genau das ist die Parallele zu Daniel 11. Sowohl aus Osten als auch aus Norden. Osten also ein Symbol für Jesus Christus der wiederkommt zur Erlösung. Und Norden Jeremia 4 Vers 5 warnt das damalige Volk Israel folgendermaßen Verkündigt es in Judah und lasst es in Jerusalem hören und sagt stoßt in Zorn auf dem Land ruft aus voller Kehle und sagt versammelt euch lasst euch in die befestigten Städte ziehen richtet ein Feld Zeichen auf nach Zion flieht bleibt nicht stehen denn ich bringe Unglück von Norden her und einen großen Zusammenbruch Norden in der Bibel und wir könnten viele andere Textstellen aus den Propheten hier zitieren ist die Himmelsrichtung des Gerichtes wenn Osten die Himmelsrichtung des Heils des Evangeliums des wiederkommenden Christus ist und Norden die Himmelsrichtung des Gerichtes und Christus sowohl zum Heil für seine Gläubigen als auch zum Gericht für die Ungläubigen also mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte wiederkommt dann dann ist die Botschaft von Osten und von Norden eine Botschaft die Evangelium und Gericht harmonisch miteinander verbindet jetzt frage ich sie welche Botschaft ist das und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen der hatte ein ewiges Evangelium eine Botschaft aus Osten zu verkündigen allen Völkern Nationen Sprachen und Stämmen und er sprach mit lauter Stimme wie hier mit voller Kehle fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen eine Botschaft aus Norden was Daniel 11 Vers 44 beschreibt ist die Wirkung der dreifachen Engels Botschaft wie sie jetzt gerade in diesem Moment verkündigt wird auf das babylonische des Königs des Norden die Botschaft von Osten und Norden die sogenannten Gerüchte sind die Botschaft die die Welteinheitsreligion die angestrebt wird die Ökumene die ganze Welt unter römischer Herrschaft in ihren Grundfesten erschüttern wird denn in dem das ewige Evangelium verkündigt wird werden all die Irrtüme offenbar auf denen falsche Religion fußt es wird zumindest offenbar dass diese falsche Religion diese falschen Konfession ihre Autorität nicht aus dem Wort Gottes bestreiten können sondern ledig auf menschlichem Sand bauen und es heißt ja genauso wie bei Nebukad Nezar damals als er diese drei Hebräer sah die offen ihm widerstanden und zur Wahrheit sich hielten und er wird mit großem Zorn ausziehen um viele zu vernichten und an ihnen den Band zu vollstrecken das Todesurteil der Todesbefehl ist nicht einfach nur eine Laune sondern der Ausdruck des Zornes von Machthabern die nicht bereit sind der Wahrheit gehört zu schenken die genau wissen dass die Wahrheit ihre Machenschaften aufdeckt und die umso mehr in ihrer Meinung verharren und felsenfest entschlossen sind diese Wahrheit für immer zum Schweigen zu bringen und es heißt Vers 45 und er wird seine Königszelte aufschlagen zwischen dem Meer und dem Berg der heiligen Zierde das Meer auf 17 Vers 15 die Meere stehen für Völker und Völkerschan der Berg der heiligen Zierde das war der Berg Zion auf dem Tempel stand dort wo das Heiligtum seine Anwendung fand mit anderen Worten dieser König des Nordens wird eine Trennung herbeiführen zwischen der Welt und den Gläubigen indem er durch seine eigenen Gesetze die er fordert und durchsetzt jeden Menschen zwingen wird auf eine der beiden Seiten Parteizeuge treffen auf welcher Seite wollen sie stehen es heißt hier weiter dann wird er an sein Ende kommen und niemand wird ihm helfen wenn diese Entscheidung gefordert wird wenn diese zwei Parteien diese letzten zwei Klassen auf dieser Welt existieren werden wenn es nur noch Menschen gibt die Menschen geboten folgen und Menschen die Gottes geboten folgen und diese eine Unterscheidung jeden einzelnen Menschen charakterisiert dann können sie wissen dass die letzte Szene in dieser Weltgeschichte vor der Wiederkunft angefangen hat zu beginnen denn das nächste was passieren wird ist dass dieses falsche System in sich zusammenfallen wird und genau dazu braucht es die sieben Plagen die sieben Plagen sind also nichts weiteres um das Volk aus der Todesgefahr zu erretten das Volk Gottes es ist also in Wirklichkeit Ausdruck der Liebe Gottes und seiner Fürsorge dass er diese Plagen sendet warum Zacharja 2 Vers 12 sagt dass Gottes Volk nicht einfach nur Gottes Volk ist Zacharja 2 und dort Vers 12 da nennt er sein eigenes Volk seinen Augapfel er sagt hier denn wer euch antastet im zweiten Teil von Vers 12 denn wer euch antastet tastet meinen Augapfel an was ist ihre Reaktion wenn jemand versucht ihren Augapfel anzutasten und hineinzustechen in die Auge sie werden alles unternehmen damit das nicht passiert sie werden es nicht zulassen dass irgendjemand unter ihr Augen lief fährt und in ihrem Augapfel rumstochert und vielleicht die Auge ausreißt es ist eine natürliche Reaktion des Menschen seinen Augapfel zu behüten und es ist sogar sprichwörtlich in unserer Sprache hat dann Gott nicht auch das Recht seinen Augapfel und das sind sie wenn sie sich zu ihm bekehren und mit ihm gehen und mit ihm leben seinen Augapfel vor allem zu behüten und zu beschützen was über ihn kommt vor aller Gefahr vor aller Bedrängnis und vor aller Todesgefahr und wird er nicht alles in die Wagstelle werfen was er hat und was er kann seine gesamte Macht zeigen um das zu verhindern dazu sind die Plagen gedacht lesen wir weiter was Offenbarung 15 beschreibt es heißt hier dass Johannes eine Gruppe von Menschen sieht die offensichtlich sich schon im Himmel befinden warum kann ich das sagen in der Offenbarung 15 Vers 2 sieht er ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt dieses gläserne Meer so sagt das Offenbarung 4 ist nirgendwo anders als direkt vor dem Thron Gottes da heißt es in Vers 6 und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer gleich Kristall und inmitten des Thrones und rings um den Thron viel lebendige Wesen das heißt Johannes sieht in Offenbarung 15 in einer Vorschau diejenigen ja welche sie werden hier beschrieben ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt und sah die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen das heißt wer in dieser letzten Auseinandersetzung von der die dritte Engels Botschaft spricht wer in dieser Auseinandersetzung ausharrt wie es Vers 12 sagt in Offenbarung 14 als Heiliger indem er die Gebote Gottes hält selbst dann wenn es ihm das Leben kosten würde und den Glauben Jesu bewahrt er wird vor dem Thron Gottes stehen das heißt hier weiter und sie singen das Lied Mose sie hatten Hafen Gottes und sie singen das Lied Mose des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sagen groß und wunderbar sind deine Werke Herr Gott Allmächtiger gerecht und wahrhaftig sind deine Wege O Gott der Nationen wer sollte nicht fürchten Herr und verherrlichen deine Namen denn du allein bist heilig denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind diese Volksgruppe diese Menschengruppe die aus allen Völkern Nationen Sprachen und Stämmen heraus gesammelt worden ist die dem Ruf dem allerletzten Ruf gefolgt ist singt zwei Lieder das Lied des Lammes und das Lied des Mose was war das Lied des Mose das Lied des Mose bestand in folgendem es wird aufgezeichnet in 2. Mose 15 Mose sang damals folgendes Lied singen will ich Vers 1 dem Herrn denn hoch erhaben ist er Pferd und Wagen warf er ins Meer meine Stärke und mein Loblied ist Ja übrigens Ja ist die Kose Form von Jahwe im Gottes Namen das bedeutet dass Mose hier beschreibt dass er eine echte enge Beziehung zu Gott hat die den Spitznamen Gottes verwendet denn er ist mir zur Rettung geworden er ist mein Gott und ich will ihn preisen der Gott meines Vaters und ich will ihn erheben und jetzt beschreibt er als Mose dieses Lied komponiert vor ihnen das Rote Meer das Schilfmeer hinter ihnen die Armeen des Pharao die kamen um sie zurückzuholen in die Sklaverei es gab keinen Ausweg und es war Gott allein der durch ausgestreckten Arm durch eine Botschaft von Osten durch eine Erlösung in dem das Wasser sich teilte und sie trockenen Fußes durch das Wasser gehen konnten und durch große Gerichte in dem nicht die nachfolgenden Ägypter in dem gleichen Wasser umkamen und vernichtet wurden das heißt durch ausgestreckten Arm und durch große Gerichte durch die Botschaft von Osten und von Norden dass Gott durch dieses Eingreifen sein Volk endgültig gerettet hatte und das ist die Erfahrung des Mose gewesen das gleiche Element das ihnen zur Rettung wurde das Wasser das sich teilte wurde den Ägyptern zum Gericht und vernichtete sie die gleiche Erlösung das gleiche Evangelium das uns rettet wenn wir es annehmen mit jedem der es nicht annimmt zum Gericht denn er verwirkt die einzige Möglichkeit in der es überhaupt möglich ist zu leben denn wie wir gesehen haben nur in Christus ist Leben was hat es mit dem Lied des Lammes auf sich das heißt hier in Offenbarung 14 dass eine besondere Gruppe von Menschen dieses Lied singt und dass nicht jeder dieses Lied lernen kann Offenbarung 14 dort Vers 1 und ich sah und siehe das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm diese berühmten 144 1000 die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirn geschrieben trugen und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen eines Lauten Donners und die Stimme die ich hörte wie von Hafensängern die auf ihren Hafen spielen und sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten und niemand konnte das Lied lernen als nur die 144 1000 die von der Erde erkauft waren diese sind es die sich mit Frauen nicht befleckt haben denn die sind jungfräulich diese sind es die dem Lamm folgen wohin es auch geht diese sind aus den Menschen als Erstlings Frucht für Gott und das Lamm erkauft worden und in ihrem Mund wurde kein falsch gefunden sie sind unterhandelig diese Menschen die unter der symbolischen Zahl der 144 000 zusammengefasst werden haben eine Erfahrung gemacht die niemand anderes auf dieser Erde gemacht hat von allen Gläubigen sie sind durch die allerletzte Zeit gegangen sie haben die allergrößte Täuschung überstanden sie haben ausgeharrt in der größten Bedrängnis von der Daniel sagt dass es die größte Bedrängnis war die jemals statt fand aber sie haben sogar etwas erlebt was noch darüber hinaus geht offenbarung 15 beschreibt uns wie nun diese Plagen ausgegossen werden sollen das das heißt das heißt das heißt himmlische Heiligtum und die sieben Engel welche die sieben Plagen hatten kamen aus dem Tempel hervor das heißt die Lehre von den sieben Plagen ist eine direkte Konsequenz aus dem Heiligtum und das Heiligtum ist die Basis haben wir gesehen das wichtigste die Hauptsache sagt Hebräer 8 Vers 1 und 2 des ewigen Evangeliums das heißt die Plagen sind eine natürliche Konsequenz des Evangeliums und die sieben Engel Vers 6 welche die sieben Plagen hatten kamen aus dem Tempel hervor bekleidet mit reinem glänzenden Leinen und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll des grimmes Gottes der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und jetzt achten sie auf folgende Formulierung die ja an Feierlichkeit alles andere übertrifft was vielleicht in der Bibel steht und der Tempel wurde mit Rauch gefüllt von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Macht und niemand konnte in den Tempel eintreten bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren jetzt möchte ich sie eine Frage stellen wozu betritt man den Tempel wozu betrat schon damals im alten Israel der hohe Priester das Heiligtum wozu betrat Jesus nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt das himmlische Heiligtum was tut er dort wir haben eindeutig studiert dass er dort uns reinigt von unseren Sünden und dass wir im Glauben in dieses himmlische Heiligtum eintreten können durch Gebet und Gemeinschaft mit Gott um uns selbst von unseren Sünden reinigen zu lassen das heißt die Reinigung von unseren Sünden die Möglichkeit der Vergebung geschieht allein im Heiligtum doch hier heißt es zu Beginn der sieben Plagen dass niemand mehr in den Tempel hineinkommen kann das bedeutet ab diesem Zeitpunkt gibt es keine Möglichkeit der Vergebung mehr und es ist noch nicht die Wiederkunft wir sind zu einem Zeitpunkt kurz vor der Wiederkunft das heißt bereits vor der Wiederkunft eine kurze Zeit vor der Wiederkunft ist bereits alles entschieden und wenn sie vielleicht geglaubt haben oder gehört haben man könne bis mindestens zur Wiederkunft Jesu warten oder vielleicht noch darüber hinaus um sich diese Entscheidung nochmal zu überlegen dann muss ich Ihnen heute leider sagen dass das Wort Gottes das Gegenteil sagt als Noah die Arche baute gab Gott der Menschheit 120 Jahre Zeit sich zu bekehren 120 Jahre lang wirkte der Geist Gottes und versuchte sie auf seine Seite zu ziehen 120 Jahre lang Gnadenzeit doch sieben Tage bevor der Regen fiel schloss die Tür das heißt die letzten sieben Tage vor der Sintflut Sintflut gab es keine Möglichkeit mehr auf den Ruf zu folgen keine Möglichkeit mehr die rettende Arche zu betreten die Gnadenzeit endete kurz davor es gibt nicht den geringsten Grund dafür diese Entscheidung aufzuschieben denn wenn die Gnadenzeit bereits vor der Wiederkunft endet dann kann ich nicht warten ob Jesus nun tatsächlich wiederkommt und dann mal sehen vielleicht werde ich mich dann doch noch dafür entscheiden muss meine Entscheidung vorher festgemacht sein und wir haben gelesen dass die Entscheidung des Nordkönigs die Entscheidung des Antichristen dazu führen werden dass nur noch zwei Parteien existieren die nicht mehr die getrennt voneinander sind die Meere und der heilige Berg die nicht mehr zueinander kommen können das heißt durch die Gesetze die erlassen werden wird eine Trennung in der ganzen Menschheit stattfinden in zwei Klassen in zwei Parteiungen die nicht mehr rückgängig gemacht werden wird das heißt an dieser letzten Frage an diesem letzten Ruf an dieser letzten Entscheidung hängt im wahrsten Sinne des Wortes ihr und mein ewiges Schicksal an der Frage der Treue zu Gott an der Frage der Treue zu seinem Gesetz an der Frage der Treue zu Jesus Christus und so werden die sieben letzten Plagen über aller gehen die hier die falsche Entscheidung getroffen haben warum weil diese Menschen sich vermessen werden den Aug Apfel Gottes anzutasten denn sie werden es nicht ertragen dass die Wahrheit trotzdem in ihrer Mitte bestehen bleibt und so berichtet uns Offenbarung 16 und dort ab Vers 13 dass sich die abgefallene Menschheit in einem letzten Versuch eine Einheit zu bilden versammeln wird es heißt hier ab Vers 13 und ich sah aus dem Mund des Drachen der für Satan steht und also für den Spiritismus und aus dem Mund des Tieres den wir als die römisch-katholische Kirche identifiziert haben und aus dem Mund des falschen Propheten wer ist der falsche Prophet Offenbarung 19 und dort Vers 20 sagt uns der falsche Prophet ist derjenige der die Zeichen vor dem ersten Tier tat und das verführt das Mahlzeichen des Tieres anzunehmen das heißt es handelt sich um das zweite Tier den abgefallenen Protestantismus der von den USA geführt wird diese drei heißt es hier aus dem Mund dieser drei kommen unreine Geister wie Frösche denn es sind Geister Vers 14 Offenbarung 16 Denn es sind Geister von Dämonen die Zeichen tun die ausziehen zu den Königen des ganzen Erdkreises die zu versammeln zu dem Krieg des Gottes 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 des Allmächtigen Die ganze Erde wird durch diese drei Mächte versammelt zum Krieg Gottes des Allmächtigen Offenbarung 12 Vers 7 sagt es entstand ein Krieg im Himmel und dieser Krieg findet eine seiner letzten Schlachten hier auf Erden statt vor der Wiederkunft Die allerletzte Schlacht wird dann später stattfinden dafür dazu mehr im nächsten Vortrag Aber in dem letzten Versuch das ewige Evangelium auszuschalten versammeln sich alle Könige der Welt auf den Ruf Dieter drei Frösche diese unreinen Geister Nun was hat es mit diesen Fröschen auf sich Wir sind hier im Kontext der Plagen und damals im alten Israel gab es unter den zehn Plagen ebenfalls eine Plage der Frösche und damit hat es folgendes auf sich gehabt in 2. Mose 7 und dort Vers 22 wird uns beschrieben dass die allererste Plage nämlich das Wasser zu Blut wird von den Wahrsagepriestern den falschen Religionsführern Ägyptens nachgemacht werden konnte Es heißt hier Vers 22 aber die Wahrsagepriester Ägyptens machten es ebenso mit ihren Zauberkünsten Die zweite Plage war welche Plage die zweite Plage war die Plage der Frösche und auch von dieser Plage heißt es in Vers 3 Kapitel 8 aber die Wahrsagepriester machten es ebenso mit ihren Zauberkünsten und ließen die Frösche über das Land Ägypten heraufkommen Es heißt die Wahrsagepriester Ägyptens waren in der Lage Gottes das Werk zu imitieren und zu fälschen Und jetzt kommt die dritte Plage ist die Plage der Mücken Da heißt es in Vers 14 die Wahrsagepriester aber machten es ebenso mit ihren Zauberkünsten um die Mücken hervorzubringen aber sie konnten es nicht Welches war die letzte Plage die die Zauberkünstler noch imitieren konnten Es war die Plage der Frösche Und wenn in Offenbarung 16 drei Frösche als unreine Geiste hervorkommen bedeutet es es ist die letzte Verführung zu der Satan noch möglich ist das höchste Maß Antäuschung Was ist dieses höchste Maß Antäuschung Was sind diese drei Frösche Die Bibel sagt uns dass es Dämonen sind gefallene Engel Engel Kennen sie eine Botschaft der drei gefallenen Engel Es ist diese Botschaft Aber was imitieren diese drei gefallenen Engel mit ihrer Botschaft Gibt es eine Botschaft die drei gefallene Engel imitieren könnten Es ist die Botschaft der drei echten Engel Selbst die Botschaft der drei Engel die drei wichtigsten Botschaften ihres Lebens werden am Ende der Zeit von Satan imitiert werden Eine falsche dreifache Engelsbotschaft mit dem Ziel die gesamte Welt unter eine Führung zu vereinigen und zwar im Krieg Gottes auf der falschen Seite zu stehen Satan hat es nicht nur geschafft die Opfersysteme des alten Israels zu imitieren im Heidentum er hat es nicht nur geschafft die Christenheit zu korrumpieren indem er durch den Menschen der Gesetzlosigkeit sein Heidentum in das Christentum hineinsteckte er hat es sogar geschafft den allein auf der Bibel basierenden Protestantismus zu imitieren und zu fälschen und er wird es sogar schaffen die drei Engelsbotschaft zu fälschen Matthäus 24 sagt wenn es möglich wäre würden sogar die Ausverwählten verführt werden die letzte Täuschung wird so gewaltig sein dass es nur eine Möglichkeit gibt davor gewappnet zu sein mit eigenen Augen und mit eigener Erfahrung das Wort Gottes gesehen gehört und erfahren zu haben von niemandem abhängig zu sein egal ob Priester Prediger Pastoren oder Fernsehprediger sie werden sich nach dem entscheiden was sie selbst in ihrer Bibel zu Hause studiert haben diese letzte Vereinigung diese letzte falsche Dreieinigkeit die zum Krieg Gottes heraufzieht zur Schlacht Hamageddon wie die Bibel symbolisch beschreibt versucht den Eindruck zu erwecken dass sie eine Einigkeit darstellen dass sie durch den Gruppendruck so wie bei Daniel 3 als damals alle niederfielen auch die letzten überzeugen können mitzumachen doch Gott macht da nicht mit Punkt für Punkt werden jetzt seine Plagen ausgegossen und sie können sie einzeln nachlesen Offenbarung 16 da wird das Wasser wie Blut da werden Geschwüre an den Menschen und an den Tieren sichtbar da wird die Sonne verfinstert und so weiter doch die sechste Plage berichtet uns dass etwas interessantes passiert sie sagt uns in Vers 10 Verzeihung Vers 12 und der sechste goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat und sein Wasser vertrocknete damit der Weg der Könige von Sonnenaufgang her bereitet wurde was war der Sonnenaufgang die Botschaft von Osten die Wiederkunft Jesu das heißt es passiert etwas unter den Plagen dass es jetzt möglich macht dass Jesus wiederkommen kann das den Weg bereitet was ist der Euphrat der Euphrat war der Fluss an dem eine Stadt lag und diese Stadt hieß Babylon der Euphrat war der Fluss das Wasser an dem die Stadt Babylon saß und Offenbarung 17 sagt uns Vers 15 die Wasser die du gesehen hast wo die Hure die hier Babylon genannt wird sitzt sind Völker und Völkerschan und Nationen und Sprachen das heißt die gesamte Welt die die dreifache Engelsbotschaft gehört hat aber sich lieber für die dreifache Botschaft der die dreifache Frösche Botschaft entschieden hat diese ganze Welt die die Hure Babylon unterstützt ist der Euphrat und es heißt unter sechsten Plage dass dieser Euphrat vertrocknen wird wissen sie wie Babylon damals eingenommen worden ist als das babylonische Reich fiel und Kyros übrigens ein König der von Osten kam nämlich aus Persien der schon 150 Jahre von Jesaja vor seiner Geburt mit Namen genannt wurde als er kam schien Babylon uneinnehmbar die Mauern so dick dass mehrere gespannen nebeneinander fahren konnten oben auf der Mauer es gab menschlich gesehen keine Möglichkeit diese Stadt einzunehmen doch dann passierte etwas bemerkenswertes Kyros und davon berichten uns alle Geschichtsbücher dieser Welt leitete den Euphrat um und indem der Euphrat für Babylon vertrocknete konnte er Babylon besiegen das heißt der Euphrat verweigerte sozusagen seine Unterstützung Babylon die sechste Plage wird bewirken dass die Menschheit erkennt dass Babylon sie verführt hat sie werden diesem System seine Unterstützung entziehen nur die Tragik an der ganzen Sache ist dass es zu spät sein wird denn Offenbarung 15 sagt uns dass der Tempel zu dieser Zeit nicht mehr betreten werden kann das heißt es ist lediglich eine Entscheidung eine Erfahrung und eine Erkenntnis die im Kopf ankommt aber das Herz nicht mehr verändert denn diese Menschen sind schon zu weit gegangen aber sie erkennen in dem Eingreifen Gottes für sein Volk in der Erlösung durch ausgestreckte Gerichte und durch durch ausgestreckten Armen und große Gerichte erkennen sie dass sie getäuscht worden sind und die Bibel berichtet uns in Offenbarung 17 Vers 15 und 16 dass sie sich gegenseitig nackt machen und ihr Fleisch verfressen und mit Feuer verbrennen werden die Ungläubigen dieser Welt werden sich gegenseitig ausrotten so wie es im Alten Testament immer und immer wieder passiert ist dass die feindlichen Armeen sich durch Gottes Eingreifen gegenseitig dezimiert und ausgelöscht haben das heißt sich auf die falsche Seite zu stellen bedeutet sich dafür zu entscheiden irgendwann selbst gegen Menschen zu kämpfen und sich von Menschen umbringen zu lassen denn diese Einheit berichtet uns Offenbarung 17 diese kurze Einheit von all den verschiedenen Mächten wird nicht halten sie werden nicht aneinander haften sagt schon Daniel 2 warum denn es gibt nur ein einziges Kriterium für wahre Einheit Johannes 17 sagt uns dass man nur unter einer bestimmten Bedingung wahre Einheit erleben kann und zwar heißt es hier Vers 21 damit sie alle eins sein wie du Vater in mir und ich in dir dass auch sie in uns ein sein damit die Welt glaube dass du mich gesandt hast das heißt wahre Einheit unter Menschen ist nur dann möglich wenn jeder Mensch in Christus verborgen ist und mit Christus so lebt wie Christus mit seinem Vater das heißt nur unter dem ewigen Evangelium nur auf Grundlage des Heiligtums nur durch die Anwendung seiner Prinzipien kann es wahre Einheit geben und jede andere Einheit die gegen das Evangelium kämpft jede Einheit die auf Menschen Meinung auf Politik und menschlichem Verstand basiert wird nur nach außen als Einheit erscheinen wird Gruppendruck ausüben können aber wird im entscheidenden Moment nicht als Einheit funktionieren sondern in sich zusammenfallen und wie groß diese Einheit und wie groß diese Mehrheit auch sein wird sie können jetzt schon aufgrund des Wortes Gottes gewiss sein dass diese Einheit nicht halten wird sie wird in sich zusammenfallen wie ein Kartenhaus und alles unter sich begraben was auf sie gestützt hat wenn alles zusammenfällt und wir schon jetzt wissen dass sich gegen das Evangelium zu stellen bedeutet keine Einheit und keinen dauerhaften Frieden und keine dauerhafte Sicherheit zu haben und wir jetzt schon wissen dass wir sowieso in jedem Fall erkennen werden dass Gott Recht hat stellt sich jetzt für uns die Frage wann werden wir uns dafür entscheiden und sie haben wieder zwei Möglichkeiten entweder sie entscheiden sich jetzt vor dem Ende der Gnadenzeit und es wird ihnen etwas nützen oder sie entscheiden sich erst danach wenn es sichtbar wird aber dann ist das Ende der Gnadenzeit schon vorbei sie werden in jedem Fall davon überzeugt sein dass das was ich heute sage wahr ist sie werden ob sie es mir glauben oder nicht in einem bestimmten Punkt der Zukunft auf jeden Fall weil es die Bibel sagt davon überzeugt sein dass das ewige Evangelium tatsächlich die Wahrheit ist doch ob sie davon einen Nutzen haben ob es ihnen etwas bringt entscheidet sich daran ob sie sich jetzt daran halten und jetzt dieses Evangelium annehmen oder erst dann wenn alles zu spät ist denn wenn alles zu spät ist nützt einem die beste Erkenntnis nichts mehr wenn Christus bereits aus dem Heiligtum herausgetreten ist weil er in den Wolken des Himmels kommen möchte dann kann er uns nicht mehr die Sünden vergeben denn er hat Jahrhunderte darauf gewartet er hat Jahrzehnte in ihrem Leben darauf gewartet und indem sie Jahrzehnte vor ihm weggelaufen sind haben sie dann bewiesen dass sie ihn nicht haben möchten was für eine törige Entscheidung wäre das seien sie doch ehrlich es macht keinen Sinn sich dafür zu entscheiden es macht absolut keinen Sinn denn Glaube ist nicht einfach nur etwas für schwache Gemüter Glaube ist die beste Entscheidung die wir bei gutem Gewissen und klarem Verstand treffen können weil die bibel uns das so explizit sagt und uns so explizit dazu aufruft möchte ich sie heute einladen dem folge zu leisten offenbarung 19 beschreibt uns wie jesus dann wieder kommen wird und die menschheit rettet und besiegt je nachdem was jeder für sich entschieden hat es heißt ja vers 11 und ich sah den himmel geöffnet und siehe ein weißes pferd und der darauf saß heißt treu und wahrhaftig und er richtet und führt krieg in gerechtigkeit seine augen aber sind eine feuerflamme und auf seinem haupt sind viele diademe und er trägt einen Namen geschrieben den niemand kennt als nur er was ist das was aus seinem Mund hervorgeht es ist sein Wort dieses Wort wird die Nationen schlagen denn dieses Wort enthält bereits alle Prophezeiungen die ihnen und mir genau sagen was passieren wird und sie können sich sicher sein dass es genauso eintreten wird und er trägt Vers 5 Vers 16 und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben König der Könige und Herr der Herren wenn Jesus wiederkommt wird ihre Entscheidung schon besiegelt sein auf welcher Seite wollen sie stehen auf welcher Seite möchten sie die Wiederkunft erleben auf der Seite die sagt Berge fallt auf uns und auf der Seite die sagt auf den haben wir gewartet hier ist er auf den unsere ganze Hoffnung unser ganzes Sehen gerichtet war wenn Jesus Christus wiederkommt werden sie sich entschieden haben und ist der allerletzte Aufruf der allerletzte Ruf entscheiden sie sich noch heute denn die Zeit ist kostbar Jesus Christus hat alles für sie getan und es wäre das törigste auf der Welt es nicht jetzt anzunehmen Gott segnet sie in ihrer Entscheidung